Guten Morgen aus Hamburg, es ist 8.28 Uhr, 13. August. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. Hinter mir seht ihr einen Kollegen, bzw. ein Clubmitglied, das heute bei mir sitzt. Hier im Büro und mir über die Schulter schaut. Wir bereiten uns jetzt vor auf unseren morgendlichen DAX Trade. Entweder gehen wir bei 11.630 Long oder wir gehen hier oben bei 11.663 Short. Je nachdem, wo der Kurs hin möchte. 11.600 die Big Number nach unten hin, 42 Punkte, 11.700 klassisch nach oben hin. Und wir warten, bis der Kurs dann in die Box reinläuft. Ich habe jetzt mal die beiden Linien auf der Unterseite platziert, weil die Tendenz eher short ist. Melde mich dann gleich nochmal. So nochmal, jetzt 8.41 Uhr. Kurs geht jetzt nochmal in Richtung Tagestiefs. Wenn wir bei 29 sind, aktivieren wir die Box. 33 ist gehandelt. Der Kurs sollte dann schon richtig reinlaufen. So 32 jetzt. 31 nähern uns. Und sobald die Kerze im unteren Bereich ist, aktivieren wir die Box. Jetzt testet er das Tagestief bei 30. Wir sehen hier auch gestern Abend das Niveau, war denn auch, ist der Markt erstmal zum Stillstand gekommen. So 30. 29 kurz angezeigt, aber er soll richtig reinlaufen, damit auch alle im Live-Trading-Raum diese Order dann auch platzieren können. Also 31 gehandelt. Noch ist die Order nicht aktiviert. So meine Damen und Herren, jetzt ist die aktiviert. Das bedeutet für den Dienstag, den 13. August, wir gehen long bei 11.630 und short bei 11.615 in Richtung der psychologischen Big Number. 11.630. Wir sind jetzt auch aktiviert. Wir sind, die Order ist aktiviert. Wir sind long bei 30. Gewinnziel liegt bei 38. So 8.45 Uhr und unsere Box nähert sich unser Ziel. Drei Punkte fehlen noch. Zwei Punkte fehlen noch für den Ausstieg. So, noch ein Punkt hat gefehlt. 36.37 war jetzt gehandelt. 36.6. Unser TP liegt bei 38.41. Drei Punkte fehlen noch. So, noch mal ein Angriff auf die 36.37. Unser TP, unser Gewinnziel liegt bei 38. Zweieinhalb Punkte fehlen noch. 36 jetzt gehandelt. 37 eben. Noch ein kleiner Schub nach oben. So, und wir sind draußen, meine Damen und Herren. Draußen aus dem Trade, aus dem Eröffnungstrade C-Box. C-Box hat sehr gut funktioniert. Ich zeichne kurz den Trade ein. Und das war der Eröffnungstrade. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Gute Trades. Gute Trades. Gute Trades. Gute Trades. Vielen Dank.